Ich will um die Welt fliegen, und zwar selbst. Sind Sie denn schon mal Langstrecke geflogen? Nein, ich bin ja eine Frau. Das sind über 7000 Kilometer, hin und zurück. Irrsinn ist das, kompletter Irrsinn. Das ist meine Chance, als Fliegerin ernst genommen zu werden. Geben Sie mir ein Flugzeug, und ich werde uns als modernes Land im Ausland präsentieren. Lassen Sie die Kleine fliegen. Eine bessere Werbung gibt's nicht. Sie können sehr stolz auf Ihre Tochter sein. Ihre ist es ja nicht. Ich fliege allein. Ich habe Ihre Tochter weder zu diesem Unternehmen überredet, noch bin ich der Auftraggeber. Das ist mir völlig egal, wer Sie sind! Bringe Sie mir mein Kind zurück! Keine Sache bevorstehen. Heldin Reinhau und Bernd Rosemeyer. Wir können beweisen, dass Frauen mehr können, als heiraten, Kinder kriegen und gut aussehen. Als Parteimitglied würde das alles sicherlich einfacher laufen. Überleg doch mal, was Sie uns alles als Sportler ermöglichen. Ja, aber das macht keinen Sinn! Soweit ich weiß, profitieren Sie doch ganz gut von der Bande. Als Mitglied der SS. Wir machen alle unsere Kompromisse. Alle! Du, ich, alle! Mach dir doch nichts vor! Hoffentlich ist es das alles wert. Fliegen muss dir das Leben wert sein. Roland Beinhorn! Berlin! Ganz Deutschland konflidiert! Ein Name, der mit Tempo und Gebrause zu tun hat. Das ist schon normal. Deine Frau, die sich Hosen anzieht und versucht, ein Mann zu sein, ist es nicht! Ich mag deinen Dickkopf. Da-da-da-da! Ich bin verloren. Für immer. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich bin voll. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Wenn du mitmachen.